In eigener Sache. Heute möchte ich einige Kommentare dementieren, die meine Beiträge mit KI, Künstliche Intelligenz, in Verbindung bringen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Berichte werden dahingehend verifiziert, dass mindestens zwei Quellen über das Thema berichten. Meistens sind es jedoch drei und mehr bekannte Quellen. Diese sind fast alle auf spanischen Webseiten zu finden. Reihenfolge zufällig Diario Eldia La Provincia AE mit A Palmit Canarias 7LTM IGN Kabildo de la Palma Wochenblatt.es Las Palmas GC Europa Press Diario der Visos.el Español.com La Voz de Lanzarote.com und andere. Noch einige der deutschen Quellen. La Palma 24.info Canario.net Infos Gran Canaria.com Tenerife Heute. Weitere Quellen sind zum Beispiel Telefonanrufe vor Ort. Die Quellen werden, wenn nötig, übersetzt und die Fakten herausgefiltert. In der Regel liegen dann etliche, teils verschiedene Informationen zum gleichen Thema vor. Diese werden durchgearbeitet und zu einem eigenen Bericht mit eigenen Worten geformt. Übrigens, daher dauert es auch etwas länger, bis meine Berichte veröffentlicht werden. Nun zu einem Aspekt, der die Idee der KI beweisen soll. Das ist doch nicht deine Stimme! Richtig, leider ist die Stimme aufgrund von vielen Erkältungen mittlerweile sehr undeutlich geworden. Daher habe ich mit einem Stimmengenerator den Text zu meinen Berichten zum Erstellen einer Tondatei benutzt. Also nochmals, Texte und Inhalte zu meinen Berichten werden von mir in Persona erarbeitet. Also benutze ich keine KI. Und dann wird es auch nicht die Stimme!